Hallo und herzlichen guten Morgen bei Paira, der Gesellschaft für politisches Wagnis. Herzlich willkommen bei unserem Gespräch zur Thematik Terrorismus und Überwachung, die Todfeinde der Demokratie, wie werden wir sie wieder los? Ich freue mich, dass ich Katharina Nohkuhn gewonnen habe, uns einen Impuls zu diesem Thema zu geben. Ich freue mich deshalb, weil es in der Republik nur wenige Menschen gibt, die das so tun könnten wie Katha, so wie sie in den sozialen Medien genannt wird. Sie hat sich mit unheimlicher Kraft seit 2007 mit den Themen des Datenschutzes, der Bürgerrechte, der Überwachung auseinandergesetzt, aber nicht nur sich auf diese Thematik konzentriert, sondern in der jüngsten Preisverleihung der Humanistischen Union in Marburg haben die Juroren ebenfalls darauf hingewiesen, dass Katharina Nohkuhn sich eben darüber hinaus mit der AfD und ihrem Programm auseinandersetzt, also auch eine Thematik, die untersucht, welchen Einfluss haben wir, seitdem es die AfD gibt, auf die Demokratie, auf die Gefährdung der Demokratie. Katharina Nohkuhn ist, wie man ohne Schwierigkeiten erkennen kann, eine sehr junge Frau, eine Aktivistin, eine Bloggerin und sie war auch einige Jahre sehr erfolgreich bei der Piratenpartei tätig, von 2012 bis 2016. Aus meiner Sicht ist sie leider dort ausgetreten. Darüber wollen wir heute, denke ich, weniger reden, das wäre ein Sonderthema, denn unser Thema hat ja eine Breite, wo die Zeit auch heute zur Diskussion kaum ausreicht. Terrorismus und Überwachung, dazu gehörte natürlich auch noch das Thema Terrorismus und Ursachen, das klammern wir aber heute aus, weil wir eben, wie gesagt, die Breite dann erst recht nicht hätten bewältigen können. Wie so üblich bei uns hat Katharina jetzt doch eine Zeit von etwa 15 bis 20 Minuten, um aus ihrer Sicht zu dieser Doppelthematik Stellung zu nehmen und ich hoffe oder ich bin mir sicher, dass wir zum Schluss, ohne das Ergebnis vorwegzunehmen, viele neue Gründe und alte Gründe haben werden, warum man die Überwachung, die Massenüberwachung zurückdringen muss, wenn man die Demokratie nicht weiter gefährden will. Katharina, Terrorismus und Überwachung. Ja, vielen Dank für diese ausführliche Vorstellung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und freue mich auch sehr über die Einladung und auch vor allem über die Einladung zu diesem Thema, das doch für mich das Thema war, was mich dazu gebracht hat, mich überhaupt politisch zu engagieren. Denn wenn ich mich zurückerinnere an das Jahr 2007, 2006, dann war es so, dass ich in Münster studiert hatte und ich habe öfter mal überlegt, soll ich mich politisch engagieren? Wir waren auch mal bei Attac bei einer lokalen Gruppe, die haben leider nur über den lokalen McDonalds und das Müllproblem diskutiert. Da dachte ich mir so, okay, eigentlich möchte ich mich eher mit anderen Themen befassen. Und irgendwann habe ich dann in der Zeitung gelesen, dass die Vorratsdatenspeicherung verabschiedet werden soll. Und ich meine, man liest ja viel Schlimmes in der Zeitung, wo man sich darüber empört und über das man sich aufregt. Und meistens hat man aber das Gefühl, irgendjemand kümmert sich schon darum. Ja, Greenpeace wird die Eisberge irgendwie retten und auch die Eisbären drauf. Und andere Organisationen kümmern sich um andere Themen. Und bei der Vorratsdatenspeicherung aber hatte ich das erste Mal das Gefühl, Moment mal, da kümmert sich jetzt niemand drum. Und wenn du jetzt hier in deiner lokalen Ortschaft, damals in Münster, nicht etwas unternimmst, dann passiert womöglich nichts. Und das war für mich die Initialzündung, um mich mit dem Thema, oder um mich politisch zu engagieren. Allerdings hat in dieser Zeit auch noch ganz viel anderes reingespielt, was mich dazu motiviert hat, mich zu engagieren. Und als ich gebeten wurde, ein kurzes Input-Statement vorzubereiten, habe ich gedacht, ich schreibe das mal auf. Was eigentlich so mal die Gefühlslage damals war, also wir erinnern uns alle an den 11. September 2001. Ich weiß noch, ich bin an dem Tag zum See gefahren. Ich war 14, das ist ganz schön jung. Und Menschen, die wie ich so um die 30 sind, die haben tatsächlich eine Jugend hinter sich und ein Studium hinter sich zu Zeiten des internationalen Terrorismus. Und das ist, finde ich, schon etwas, worüber es sich lohnt, mal nachzudenken und zu reflektieren, was das eigentlich mit unserer Gesellschaft macht. Und dass viele Dinge, die wir eigentlich heute als selbstverständlich erachten, gar nicht so selbstverständlich sind. Deshalb habe ich euch etwas mitgebracht, was ich jetzt vorlesen werde. Ich bin in Polen geboren, aber ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen. Namen wie Ibrahim oder Ali waren an meiner Schule normal. Es war auch in meinem Freundeskreis normal, einen Migrationshintergrund zu haben. Es machte keinen Unterschied, ob man aus Russland, Polen oder der Türkei kam. Dann kam der 11. September 2001 und vieles begann sich zu ändern. Ich erinnere mich, wie nach den Attentaten auf das World Trade Center Muslime in den USA in manchen Städten von einem aufgehetzten Pöbel mancherorts geradezu gejagt wurden. Es gab da Zeitungsberichte drüber, da sind Leute einfach mit Steinen werfend hinter Leuten hinterhergerannt. Und mir hat das Angst gemacht, weil ich eben Freunde hatte, die ganz konkret gesagt haben, mir macht das Sorgen. Und in Deutschland diskutierten sie damals in den Fouilletons, ja, nicht auf den Stammtischen, in den Fouilletons der Zeitung, darüber Folter als legitimes Mittel wieder einzuführen. Und es wurde über ein Feinstrafrecht diskutiert. Da Terroristen schließlich nicht mit denselben Rechten ausgestattet sein dürften wie normale Bürger. Das war die Zeit, in der ich mich angefangen habe, für Politik zu interessieren. Der internationale Terrorismus wurde in dieser Zeit schleichend Teil des Alltags. Wenn wir am Bahnhof stehen und herrenlose Gepäckstücke fürchten, wenn Menschen, die arabisch reden, argwöhnlich angeschaut werden. Und ein Freund von mir hat in der Zeit angefangen, nicht mehr mit seinen Eltern in der Bahn türkisch zu reden, weil er meinte, dann werde ich immer wie ein Terrorist angeschaut. Da habe ich keinen Bock drauf. Und als Teenager bin ich einmal zu einer Party gefahren. Da war ich ungefähr 16 mit Freunden. Und am Bahnhof sah ich einen Mann, der ausländisch aussah. Und Polizisten kamen plötzlich auf ihn zu und forderten ihn dazu auf, seine Dokumente vorzuzeigen. Einfach so, ja. Er hatte überhaupt nichts getan. Und ich fand das ganz schön verstörend. Und ich habe mich dazugestellt und gesagt, was machen Sie da? Sie haben gesagt, geh weg. Lass uns unsere Arbeit machen. Und ich habe gesagt, möchten Sie mich nicht auch kontrollieren? Sie sagten, geh weg. Lass uns unsere Arbeit machen. Und ich sagte, ja, ich bin Ausländer. Ich bin auch Ausländer. Man sieht es mir nicht an, aber wollen Sie mich nicht auch kontrollieren? Und da sagte der Mann, der gerade kontrolliert wurde, ganz, ganz herzlich, danke, aber ist schon okay. Ich bin das gewohnt. Das ist nicht das erste Mal in diesem Monat. Und da wurde mir das erste Mal bewusst, dass Racial Profiling hierzulande längst normal geworden ist. Denn ich war die Einzige, die stehen geblieben ist. Alle anderen sind vorbeigegangen. Und wenig später, einige Jahre später war ich schon an der Uni, da mussten 13.000 Menschen mit Migrationshintergrund in NRW schriftlich Fragen beantworten, wie etwa, Zitat, haben Sie an einer Spezialausbildung wie zum Beispiel zum Gebrauch von Sprengstoffen teilgenommen? Einfach so. Ja, und mein Aster, der hat diesen sogenannten Gesinnungstest damals veröffentlicht. Denn viele unserer ausländischen Studierenden waren davon betroffen. Und wir haben das bis dahin geheim gehaltene Dokument erstmals veröffentlicht und online gestellt. Daraufhin rief das Innenministerium bei uns an und hat uns gedroht mit gravierenden juristischen Konsequenzen. Und ich bin nach wie vor stolz darauf, dass unser Aster-Vorsitzender damals gesagt hat, so ja, ach, Sie rufen vom Innenministerium an, ist ja nett, da könnte ja jeder anrufen. Ja, das glaube ich Ihnen jetzt erstmal nicht, das bleibt jetzt erstmal online. Und ich persönlich muss für mich sagen, dass der Krieg gegen den Terror schon längst verloren ist. Und er wurde nicht etwa im Nahen Osten verloren, sondern beim Bürgeramt in Dissen, wo ich lange Zeit gewohnt habe, in Niedersachsen. Denn eine der eilig durchgedrückten Maßnahmen in der Zeit nach dem 11. September war die flächendeckende Einführung biometrischer Ausweisdokumente. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich einmal dort war, weil ich mein Personal beantragen musste und am Nachbartisch saß ein älterer Mann und hat seine Fingerabdrücke abgegeben für sein Ausweisdokument. Und ich dachte mir, was für ein Staat ist es eigentlich, der aus Gründen der Terrorismusbekämpfung, ein Mann, der noch nicht einmal ohne Krückstock mehr laufen kann, wie damals einen Verbrecher behandelt und ihn dazu zwingt, seine Fingerabdrücke abzugeben. Und das Erschreckende ist, dass besonders Kinder sehr sensibel sind für gesellschaftliche Veränderungen. Das ist wie so eine Art Geigerzähler für viele Dinge. Viele Dinge, die wir als selbstverständlich wahrnehmen, und die hinterfragen Kinder einfach oder sehen sie viel klarer. Und ich habe lange Zeit in Niedersachsen gelebt und das niedersächsische Innenministerium hat vor einigen Jahren tatsächlich eine Broschüre finanziert, in der sie Kennzeichen für radikalen Islamismus bei Jugendlichen aufzählten. Und da war eine Riesenlatte an Maßnahmen, die angeblich eindeutig auf eine Radikalisierung von jugendlichen Hinweisen, unter anderem geänderte Essgewohnheiten, launisches Verhalten und ungewöhnliche Kleidung. Ja, und ich frage mich, auf welchen Jugendlichen trifft das bitte sehr nicht zu? Und wie muss es sein, wenn ich als Jugendlicher mit arabischem Hintergrund in der Schule aufwachse und nur weil ich plötzlich andere Essgewohnheiten habe, alle direkt denken, ich bin ein Terrorist. Und tatsächlich glauben das viele Kinder mittlerweile. Ein Freund von mir hat für eine Gewerkschaft gearbeitet und ist in Hauptschulen reingegangen und hat den Jugendlichen erzählt, warum es wichtig ist, in eine Gewerkschaft einzutreten. Und ein Junge hat ihm tatsächlich geantwortet, der war 14, wie, ja, warum soll ich mich dafür interessieren, ich kriege doch eh keinen Job, ihr haltet uns doch eh alle für Terroristen. Und das ist erschreckend. Wenn ein 14-Jähriger so etwas denkt, dann wurde ihm mal eben einfach so seine Zukunft geraubt. Und in diesen Jahren ist auch eine Gruppe von Nazis mordend durch Deutschland gezogen und hat Migranten erschossen, ganz gezielt. und die Polizei vermutete jahrelang Ausländerkriminalität oder die Döner-Mafia soll es gewesen sein oder vielleicht Ehrenmorde oder sogar eine ominöse Blumen-Mafia. Und die Angehörigen wurden peinlich befragt oder sogar verdächtigt und ihre Hinweise wurden systematisch ignoriert. Und währenddessen, das wissen wir heute, haben Menschen mit Verbindung zum Verfassungsschutz, V-Leute, systematisch die Terroristen, die Täter unterstützt, sie gedeckt, sie finanziert und sie über Wasser gehalten. Und der NSU konnte als Terrornetz jahrelang unbehelligt in Deutschland agieren, während des Kriegs gegen den Terror. Und als die Verbindung zwischen Geheimdienst und dem rechten Netzwerk aufliegt, da sind einige Länderchefs des Verfassungsschutzes zurückgetreten, ja, das ist richtig. Aus meiner Sicht sind es aber auch nur Bauernopfer, denn ansonsten ist vieles geblieben wie bisher. Und statt mehr Kontrolle über die Geheimdienste auszuüben, ist die Demokratie dazu übergangen, sie immer weniger zu kontrollieren. Und heute haben wir den Status Quo, dass seit einem Jahr es sogar zulässig ist, für V-Leute Straftaten im Zuge ihres Dienstes zu begehen. Und das, finde ich, erschreckend, angesichts der Tatsache, dass wir viele V-Leute gerade im rechten Bereich haben. Und wir müssen der Wahrheit ins Auge sehen. Nach einem Jahrzehnt Krieg gegen den Terror zur Verteidigung der freien Welt sind wir so unfrei wie lange nicht mehr. In einem Staat, der seine Bürger unter Generalverdacht stellt, werden Bürgerrechte zum Kollateralschaden erklärt. So kann der Krieg gegen den Terror nicht gewonnen, mit Sicherheit aber verloren werden. Rechtsstaatliche Prinzipien wie die Unschuldsvermutung werden in dem auf Dauer angelegten Ausnahmezustand ausgesetzt. Wir leben in einem Staat, und das muss man sich mal vorstellen, der uns durch flächendeckende Datensammlungen bereits den Prozess macht, ohne dass es einen Anfangsverdacht gibt. Das ist das Ende der Unschuldsvermutung. Früher wurde nur dann Daten gesammelt, wo er Leute überwacht, wenn es einen konkreten Anfangsverdacht gibt und wenn ein Richter sagt, ja, den müssen wir im Auge behalten. Und wir sind einfach dazu übergegangen, es flächendeckend für alle zu machen. Und das Schlimme ist, und das wissen wir durch Edward Snowden, aber das wussten wir auch schon vorher, dass vieles davon im Geheimen passiert und demokratisch nicht legitimiert ist. Denn wir können nur das demokratisch legitimieren, worüber wir wissen. Und das Problem dabei ist auch, und das sollten wir uns als Berlinerinnen und Berliner auch gerade überlegen, in Anbetracht der flächendeckenden oder der Probeläufe am Südkreuz mit intelligenter Gesichtserkennung, dass wir doch gar nicht wissen, nach welchen Kriterien jemand verdächtig ist, laut Algorithmus oder nicht, nach welchen Kriterien festgelegt wird, dass jemand in eine andere Kategorie fällt oder nicht. Und das Problem, das ich hierbei sehe und das man auch schon an unserer Gesellschaft sieht, ist, dass Überwachung so Menschen einschüchtert. Wir werden zu Zensoren, die aus Selbstschutz an unser eigenes Verhalten Hand annehmen. Das bedeutet auch, der überwachende Staat schafft eine angepasste Gesellschaft der Konformisten und keine der mutigen Dichter und Denker. Und die Idee der totalen Sicherheit ist nicht nur verführerisch, sondern auch trügerisch. Denn intelligente Täter, die Überwachung aus dem Weg gehen, kommen von den Überwachungsbefürwortern konstruierten Szenarien nicht vor. Und wenn ein Anschlag passiert, werden stets mehr Daten von unersättlichen Behörden gefordert. So zieht das Versprechen einer totalen Prävention eine schleichende Ausweitung der Überwachung in alle Lebensbereiche nachsicht. Grundrechte, die es angeblich zu verteidigen gilt, werden dabei abgeschafft. Dabei zeigen die Attentate der letzten Jahre, wie krass, Behördenversagen immer und immer wieder passiert, gerade im Zusammenhang mit Terrorismus. In Belgien, in Frankreich, in Deutschland waren viele der Täter längst auf dem Radar der Behörden. Es gab Hinweise, es gab Hinweise von ausländischen Geheimdiensten. Ja, es gab Zeugenaussagen. Und man hätte eingreifen können, man hätte eingreifen müssen. Es lag nicht an den Daten. Es lag nicht an zu vielen Grundrechten. Das ganz sicher nicht. Aber wir haben eben ein Problem, wenn die öffentliche Debatte, wenn wir in der öffentlichen Debatte die Verantwortlichen damit durchkommen lassen, dass sie eben mit dieser Behauptung weiter Grundrechte einschränken können, statt selbst Konsequenzen zu ziehen. So haben wir nämlich eine sehr gefährliche Dynamik. Einerseits wird unser Land nicht sicherer, ganz bestimmt nicht, weil die Fehler immer wieder passieren, weil die Verantwortlichen gelernt haben, wir kommen damit durch. Andererseits werden Grundrechte abgebaut. Und Grundrechte sind ja auch immer Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Ich erinnere nur an den Fall des Bürgerrechtlers, der letzte Woche in Großbritannien dazu aufgefordert wurde, seine Passwörter herauszugeben und ein Verfahren bekommen hat, weil er sich geweigert hat, das zu machen. Wenn wir in Europa solche Zustände durchgehen lassen, dann ist unsere Demokratie nachhaltig gefährdet, denn Datenschutz ist kein Luxusgut, auch wenn uns das vielleicht Leute weismachen wollen. Das Recht auf Privatsphäre ist ein Menschenrecht und Datenschutz stellt in einer Informationsgesellschaft unweigerlich die ultimative Machtfrage. Denn es geht um nicht weniger als darum, die Voraussetzungen für eine funktionierende Demokratie zu bewahren. Wenn Demonstrationen videoüberwacht werden und per Funkzellenabfrage alle Handybesitzer im Umkreis ermittelt werden, dann geht man nicht mehr zu Demonstrationen irgendwann. und ich hatte die Ehre, auf der G20-Demo in Hamburg für das Hamburger Bündnis gegen Überwachung zu sprechen, das ich zu meiner Studienzeit mitgegründet habe und in der Nachbesprechung einige Tage darauf hat sich jemand im Publikum gemeldet und gesagt, ich war dort bei der Demonstration, das war meine erste Demonstration, bei der ich jemals im Leben war und der junge Mann wurde einfach so grundlos auf offener Straße festgenommen, in die Gesa mitgenommen, musste sich ausziehen und hat zwölf Stunden dann eine sehr entwürdigende Behandlung über sich ergehen lassen, obwohl er nichts gemacht hat. Und es war für mich schockierend zu sehen, dass jemand, der jedes Recht der Welt hat gegen ungerechte und nicht sozial gerechte Globalisierung auf die Straße zu gehen, dass so jemand so behandelt wird und er hat gesagt, ich werde erst recht das nächste Mal auf die Straße gehen, allein weil ich solche Zustände nicht dulden möchte, aber ich frage mich, wie viele dann sagen, nee, ich gehe dann nicht mehr das nächste Mal auf die Straße, das ist mir persönlich zu gefährlich. Und auch Funkzellenabfragen von Demonstrationen sind ja längst kein Schreckgespinst mehr, was man an die Wand malt. Das ist theoretisch mal passieren, könnte das alles schon längst passiert. Beispielsweise bei der großen Anti-Nazi-Demo in Dresden wurde wegen irgendeiner La Palle einfach mal die Funkzelle abgefragt, das heißt, man konnte die Telefone von allen Teilnehmern und auch nebenbei allen Anwohnern im Umkreis nachvollziehen durch die Polizei. Und wenn so etwas passiert, wenn Menschen nicht mehr auf die Straße gehen können, wenn ihnen etwas nicht passt, ohne Angst vor Repression zu haben, wenn Journalisten und Anwälte nicht mehr mit Mandanten und Quellen unbeobachtet kommunizieren können, dann gefährdet das wirklich die Grundfesten der Demokratie, denn eine Demokratie braucht immer Gewaltenteilung, Checks and Balances und wenn der Geheimdienst alles weiß, dann gibt es keine Gewaltenteilung mehr, dann gibt es diese Checks and Balances nicht mehr. Und ich kann es nur noch mal betonen, Bürgerrechte oder Datenschutz ist kein Luxusgut, Bürgerrechte sind in der Demokratie Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat und jeder Staat, der in der Vergangenheit seinen Bürgern das Recht auf Privatsphäre abgesprochen hat, war ein totalitärer Staat. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich halte es da wirklich mit Rosa Luxemburg, die sagt, Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden und es muss Grundrechte geben, die eben auch gewährleisten, dass Andersdenkende ihre Meinung kundtun können. Und einige sagen ja, wer nichts zu verbergen hat, der hat nichts zu befürchten. Das Problem ist nur, dass jeder Mensch etwas zu verbergen hat und das ist seine Privatsphäre. Wir diskutieren alle im Vertrauen anders mit unseren Lebensgefährten, mit unserem Arzt, mit unseren Freunden. Und das ist jetzt nicht etwas, was revolutionär neu wäre, sondern jeder Mensch ist doch anders gegenüber anderen Menschen, abhängig von der sozialen Rolle. Ja, Dinge, die wir unserem Lebenspartner erzählen, würden wir unserem Chef nie sagen. Das ist gut so und das soll auch gefälligst so bleiben. Und die wenigsten von uns würden in ihrem Schlafzimmer einen Livestream installieren. Ich weiß nicht, wie viele hier der Anwesenden den Edward-Snowden-Kinofilm gesehen haben, den kann ich Ihnen allen nur ans Herz legen. Da gibt es eine Szene, in der Edward-Snowden mit seiner Freundin schläft und da ist der Rechner aufgeklappt und die Kamera zeigt drauf. Und kurz vorher hat Edward-Snowden festgestellt, dass die NSA sich theoretisch in jede Kamera reinhacken kann aufgrund von Sicherheitslücken. Und das ist keine Welt, in der ich leben möchte. Und ich bin noch nicht fertig. Wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten, ist auch in anderer Hinsicht falsch. Denn das Problem ist ja auch, dass niemand von uns weiß, was in Zukunft etwas sein könnte, was man lieber verbergen möchte. Denn es kann ja sein, dass ich heute der Meinung bin, dass ich nichts zu verbergen habe. Ist das in zehn Jahren auch noch so? Ist das in 20 Jahren auch noch so? Und bedeutet das, nur weil ich über mich und mein Leben so denke, dass ich auf andere schließen darf? Ein ganz praktisches Beispiel, ja, ich kenne viele Freunde von mir, die sind homosexuell und die haben gar kein Problem, das öffentlich kundzutun. Ich habe aber vollstes Verständnis für jemanden, der beispielsweise in Bayern auf dem Dorf lebt und eben sagt, meine Umgebung oder meine Familie ist nicht so tolerant und ich möchte das lieber für mich behalten. Und um mal ein anderes Beispiel zu bringen zum Thema ich habe mich zu verbergen, ich habe mich zu befürchten und wie sich der Kontext von Daten auch im Zeitablauf ändern kann. Ich bin in der Nähe von Auschwitz geboren worden. Tatsächlich auch an der Auschwitzer Straße haben wir sehr lange gelebt und bei uns liefen die Bahnschienen lang Richtung Auschwitz. Bei uns im Dorf wusste jeder Bescheid, was da passiert. Und das Interessante ist aber, dass die höchste Deportationsquote von Juden gar nicht in Deutschland war, sondern in den Niederlanden und das hatte einen einfachen Grund, denn kurz bevor die Deutschen in den Niederlanden einmarschiert, es gab eine Volkszählung. Da wurde das Religionsmerkmal abgefragt und die Niederländer haben sich ganz sicher nichts Böses dabei gedacht. Aber als die Deutschen gekommen sind, sind sie in die Ämter reinmarschiert, haben die Daten geholt und da sieht man eben, wie ein neuer Kontext aus Daten eine tödliche Waffe machen kann. Und das Beispiel wirkt weit hergeholt, aber ich persönlich mache mir große Sorgen um unsere Demokratie. Ich weiß nicht, wie stabil diese Demokratie ist. Die Entwicklung in den USA macht mir Sorgen, die Entwicklung in Ungarn macht mir Sorgen und ich habe bis vor einigen Jahren immer noch gedacht, okay, wenn es in Deutschland mal einen Rechtsruck geben sollte, dann kann ich ja zurück nach Polen gehen. Heute kriege ich Morddrohungen von polnischen Nazis, die vorschlagen, mich auf einem Pfahl aufzuspießen und an der Regierung sitzt eine Partei, die kein Problem damit hat, kritische Journalisten aus staatsnahen Medien zu entfernen und dies auch noch in den Talkshows öffentlich anzukündigen. Und das Bedrohliche an den ganzen Überwachungsinstrumenten, die im Zuge des Krieges gegen den Terror eingeführt wurden, ist auch, dass wir einen schlüsselfertigen Überwachungsstaat damit an eine zukünftige möglicherweise rechte Regierung übergeben und nicht wissen, was damit passiert. Und dass eine Erfahrung oder eine Wahrnehmung, die ich die letzten Jahre gemacht habe, ist, dass Überwachung niemals an denen ausprobiert wird, denen es gut geht, niemals an denen ausprobiert wird in der Gesellschaft, die was zu sagen haben, die mächtig sind, sondern Überwachung wird immer zuerst an denen ausprobiert, die sich nicht wehren können. Das sind zum einen Hartz-IV-Empfänger, das sind zum anderen Migranten und das sind auch andere Randgruppen wie beispielsweise Fußballfans wo erstmal Maßnahmen wie beispielsweise intelligente Videoüberwachung oder neue Datenbanken eingeführt werden, wo man sich sicher sein kann, der Rest der Bevölkerung wird sagen, ja, ach, ich bin ja nicht betroffen und das ist ja gar kein Problem. Die Erfahrung zeigt aber in den letzten Jahren, dass früher oder später die meisten oder alle dieser Überwachungsinstrumente früher oder später auf die ganze Bevölkerung ausgerollt werden und deshalb ist meine Überzeugung genauso wie damals auf den Bahnhof man hingehen muss und sagen muss, hören Sie mal, das ist nicht in Ordnung, jemanden hier racial profile-mäßig einfach mal anzuhalten und zu kontrollieren, obwohl er nichts gemacht hat. Genauso ist es wichtig aufzustehen, wenn heute Dinge an Randgruppen ausprobiert werden, denn früher oder später wird das uns alle betreffen. Und um mal ein Beispiel zu bringen, wie Überwachung unser Leben heute schon verändert, möchte ich mal auf eine ganz interessante Studie hinweisen und zwar hat sich mal jemand die Zugriffszahlen von Wikipedia angeguckt nach den Enthüllungen von Edward Snowden und alle Artikel, die sich mit Terrorismus befassen, haben 30% weniger Klicks gehabt über Nacht. Das heißt, Menschen haben, nachdem sie erfahren haben, dass die NSA flächendeckend das Internetverhalten von Menschen weltweit beobachtet und das auch analysiert und speichert, denen war das plötzlich zu heikel, sich über Dinge zu informieren. Und das ist eben die Selbstzensur, die Schere im Kopf, die das Bedrohlichste ist an einem Überwachungsstaat, dass man irgendwann gar nicht mehr laut sagt, dass es einen stört, dass man irgendwann gar nicht mehr Debatten, politische Debatten auch wirklich offen führen kann, weil man eben Angst hat, in einen Raster zu fallen. Ja, und der Tausch vermeintlicher Sicherheit gegen Freiheit hat damit am Ende beides ruiniert. Der Anschlag auf den Kern unserer offenen Gesellschaft vollzieht sich, indem sich Parteien von trügerischen Wahlversprechen der totalen Sicherheit treiben lassen. Wenn der Kampf gegen den Terror eines Tages einen Überwachungsstaat verteidigt, und das ist meine Überzeugung, dann ist der größte Anschlag geglückt. Und man hat selber noch mitgemacht. Und nach mehr als einem Jahrzehnt Krieges gegen den Terror sind wir so wenig sicher wie nie zuvor. Das ist das perfide daran. Die Zahl der Terroranschläge in Deutschland hat sich zuletzt vervierfacht. Aber es ist nicht der Terror, von dem sie alle immer gewarnt haben. Im Wochentakt brennen Flüchtlingsheime, auf offener Straße werden Menschen in Deutschland zu Tode geprügelt, in sozialen Netzwerken applaudiert der rechte Rand und sagt, ja, das sind doch eh alles verkappte Terroristen. Und meine muslimischen Freunde haben zunehmend Angst, hier zu leben. So Gespräche bei Partys nach Motona und wohin wirst du auswandern, wenn es hier mal so richtig schlimm wird, das ist heute Smalltalk und das ist traurig. Und wer Kopftuch trägt, der geht nur noch ungern abends alleine raus. So viel zum Thema Sicherheit. Und der Krieg gegen den Terror und seine Rhetorik ist schuld, sagen sie. Und ganz ehrlich, ich glaube, da ist was Wahres dran. Und das erste Mal seit dem 11. September 2001 habe ich wirklich Angst, und zwar um die kleine Schwester einer Freundin, die Kopftuch trägt und auf dem Weg zur Ausbildung als Terroristenbraut beschimpft wird, offener Straße und keiner sagt was. Woche für Woche für und ich weiß nicht, wie lange es nur bei Beschimpfungen bleiben wird. Danke. Kater, herzlichen Dank für deine schönen, möchte ich jetzt gar nicht benutzen, für deine guten Ausführungen zum Thema, was die Überwachung ausgelöst durch die angebliche Bekämpfung des Terrorismus mit uns, mit unserer Gesellschaft macht. Ich bedanke mich deshalb so ausführlich, weil wir ja alle, die sich dagegen wehren, dafür kämpfen, dass sich noch mehr dagegen wehren und das ist uns bisher nicht gelungen. Das ist sehr schade. Du hast völlig zu Recht sozusagen das Thema der Privatheit angesprochen, aber offenbar scheint es so zu sein, dass viele Menschen in diesem Land immer noch meinen, sie leben in einem guten Land und es geht ihnen gut und es gibt sozusagen keine Einschränkung in ihrem persönlichen Bereich durch den Staat. das meinen sie offenbar deshalb, weil eben viele Menschen nicht so genau sich mit der Politik der Gegenwart und erst rechtlich mit der der Vergangenheit und auch nicht mit der Zukunft beschäftigen. Was will ich damit sagen? Wir erreichen sie im Moment nicht, weil dieses Grundgefühl da ist. Was mich nur noch mehr ärgert ist, dass wir jetzt nach der verlorenen Wahl von der SPD hören und was wir auch im Wahlkampf schon ein wenig von Ihnen gehört haben, dass dieses Land mehr politische Streitkultur braucht. Der SPD, die allen Verschärfungsgesetzen, ob im Asylbereich oder im Überwachungsbereich zugestimmt haben, die fordern nun plötzlich dazu auf, dass im Land mehr Streit über die Politik stattfinden soll. Das ist doch hoch schizophren, es ist taktisch, es ist unehrlich und führt eben nicht dazu, wie du es beschrieben hast, diese gravierenden Veränderungen in der Gesellschaft nach 9-11 anders anzugehen, als mit dem Thema Sicherheit durch Überwachung herzustellen. Und ich glaube, so wie du die Geschichte erzählst, berührt sie viele und wir müssen an dieser Erzählweise, was passiert mit uns als Individuum, wohl noch alle sehr stark arbeiten, dass wir mehr Leute mitnehmen, weil eigentlich möchte ich fast allen unterstellen, dass sie natürlich nicht den anderen verdächtigen wollen, wenn er eben nach einem Ausländer aussieht, dass sie eigentlich alle in Freiheit leben wollen, aber sie müssen natürlich dann auch den Mut aufbringen, eben nicht nur Artikel nicht zu klicken, die möglicherweise eben durch die NSE dann Hinweise geben, aha, da haben wir den Nächsten, der sich darauf vorbereitet, die nächste Bombe zu werfen, sondern wie du es ja für dich als Person beschrieben hast, das Engagement auf der Straße, im Miteinander, das müssen wir entwickeln, das ist nicht entwickelt, leider, es ist zurückgegangen sogar, und das ist jetzt mein letzter Satz, ich kann es auch deshalb nicht nachvollziehen, weil ich ja nun eine andere Biografie habe, ich bin sozusagen in der Nachbarschaft der DDR groß geworden, und ich bin selbst auch dort in die Fänge der Stasi gelangt, und das ist ja gar nicht so lange her für die meisten Deutschen. Wollen wir wirklich in diese Richtung weitergehen? Eigentlich doch nicht. Punkt. Also für die Aufzeichnung ist es nicht ganz so schlimm. Ja, also die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, nachdem du ja nun dieses Bild des Überwachungsstaates sehr plastisch geschildert hast, ist natürlich, was können wir jetzt konkret tun? Ich würde das gerne auch noch ein bisschen konkreter fassen, gerade angesichts der derzeitigen politischen Entwicklung. Also Peter Schaar hat neulich ja getwittert, dass er jetzt Hoffnung sieht, dass man da was machen kann für mehr Datenschutz und so. Aber wenn man sich anschaut, was eben auch unter Schwarz-Gelb in der Vergangenheit passiert ist und was zum Beispiel die Grünen in Nordrhein-Westfalen mitgetragen haben an Überwachungsgesetzen, weiß ich jetzt nicht, ob man da nun sehr darauf vertrauen kann. Und dann dürfen wir nicht vergessen, die CSU, die mitregiert hat im ganzen Wahlkampf praktisch nur das Thema Sicherheit und Merkel unsere Kanzlerin gebracht. Jetzt wird natürlich darüber gestritten, warum die CSU so schlecht abgeschnitten hat, aber ich vermute, dass sie von diesem Thema Sicherheit nicht ablassen wird. Und dann ist eben die Frage, wie kann man da Dinge verändern, denn das ist, glaube ich, jetzt ganz, ganz wichtig. Ja, schwieriges Thema. Zunächst ist es ja mal so, dass eines der Hauptprobleme in diesem Themenbereich aus meiner Sicht oder vielleicht auch aus wissenschaftlicher Sicht der Mensch selbst ist, da wir als Menschen systematisch unbekannte Risiken höher einschätzen als bekannte Risiken, also es ist ja 10.000 Mal wahrscheinlicher, dass ich bei einem Autounfall durchs Leben komme, als durch einen Terroranschlag, trotzdem aber ist gefühlt jedes dritte Cover von großen Zeitungen irgendwie bedroht uns der Islam oder werden wir alle durch Terror sterben in gewissen Zeitabschnitten und ich meine, es führt kein Weg dran vorbei, da auch viel politische Bildung zu betreiben, einfach auch um solche Mechanismen sich stärker wahrzumachen, denn nur wenn ich Mechanismen, die unterbewusst stattfinden, verstehe, dann kann ich auch darauf reagieren. Was die gesamte politische Debatte angeht, ob wir das Rad nochmal zurückdrehen könnten, muss ich sagen, ist mein Optimismus tatsächlich zumindest verhalten. Es gab ja mal vor vielen, vielen Jahren auf dem CCC-Kongress so einen Vortrag We Lost the War, wurde konstatiert, dass man den Kampf gegen den Überwachungsstaat eigentlich längst verloren hat und tatsächlich ist meine Wahrnehmung auch, dass wir ein Rückzugsgefecht führen auf rechtlicher Ebene jedoch. Allerdings ist es auch so, dass wir auf anderer Ebene durchaus gar nicht so schlecht dastehen, möchte ich sagen. Das Hauptproblem, was ich sehe, ist, dass viele Menschen momentan gerade in Verbindung mit neuen Überwachungstechnologien so eine Art Schere im Kopf haben. Sie denken, das ist der Lauf der Dinge und Überwachung ist eine Naturgewalt, die über uns kommt. Mehr Technisierung bedeutet automatisch mehr Daten, das bedeutet mehr Überwachung und ich kann dagegen eigentlich gar nichts machen. Datenschützer sind so die modernen Donkey-Shots, was wollen die eigentlich von mir? Und da ist es aus meiner Sicht wichtig, eben auch viel stärker auf Gegenmodelle und Gegenutopien zu setzen. Also es ist ja ganz oft in der politischen Debatte so, will ich auf die Frage, also will ich eigentlich auf die Vorlage antworten, will ich mich auf diese Ebene begeben, oder ist es nicht klüger, einfach nochmal einen Schritt zurückzutreten und eine ganz andere Debatte aufzumachen? Also da nochmal zu schauen, was sind Alternativkonzepte im Bereich der Sicherheit? Also ich bin nach wie vor der Meinung, als Bürgerrechtsbewegung sollte man sich eigentlich längst zusammengesetzt haben und eine Schublade haben, wo alle möglichen Maßnahmen drinstehen, die ein Genkonzept zu dem sind, was in der anderen Schublade liegt, die aufgemacht wird, sobald irgendwas in Deutschland passiert und Wahlkampf ist, weil so sieht es ja aus. Und dass das noch nicht passiert ist, das ist denke ich mal eine Schwäche der Bewegung, die man, das liegt aber auch in unserer Macht, das zu verändern, dass da von Seiten der Politik von sich aus ein Handeln oder ein Umdecken stattfinden wird. Das glaube ich nicht. Das glaube ich absolut nicht, aber es liegt eben auch, sage ich mal, in der Verantwortung einer starken Bürgerrechtsbewegung, da eben auch Alternativen aufzuzeigen. Beispielsweise, wie sieht denn ein datensparsames soziales Netzwerk aus? Wie sieht denn beispielsweise ein sicheres Verschlüsselungskonzept aus? Und da halt auch noch mal vielleicht neue Bündnispartner zu suchen, denn man darf ja nicht vergessen, dieser Kampf gegen Verschlüsselung, der von vielen Innenministerien weltweit jahrzehntelang geführt wurde, der ist ja nicht gescheitert aufgrund des Widerstands der Bürgerrechtsbewegung, sondern aufgrund des Widerstands der Wirtschaft, die gesagt hat, Online-Banking, alles Mögliche können wir vergessen, wenn wir absichtlich Löcher in unsere Verschlüsselung bohren. Und da unübliche Bündnispartner zu suchen, mag nicht in allen Bereichen populär sein, aber aus meiner Sicht ist es der einzige Weg, der da irgendwie zum Ziel führen kann, weil so Argumente, die kommen dann auch bei der CSU an. Ich hoffe, das beantwortet die Frage ein bisschen. Es ist ja auch sehr schwer, glaube ich. Hätten wir ein Rezept, werden wir weiter. Hallo, ich bin Claudia und erstmal vielen Dank für deinen Vortrag, das war total interessant und macht einem doch immer nochmal, auch wenn man schon darüber nachgedacht, hier kleine, da kleine Facetten auf, über die weiter nachzudenken und dran zu bleiben. Ich wollte jetzt einfach kurz was quasi berichten, zwei eigene Erlebnisse. Ein Thema, was ich tatsächlich immer sehr bedenklich finde, ist die Normalisierung von Bedrohungen in der Gesellschaft, im allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs, eine gewisse Normalisierung, dass es Bedrohungen gibt, die vielleicht gar nicht so da sind und gegen die irgendetwas unternommen wird, was aber, wenn man genau hinguckt, gar nichts wirkt. Das erste Mal ist mir das total bewusst geworden, in Bombay 2014, in Indien geht man bei jeder Gelegenheit durch einen Metallscanner, also in Supermärkten, Shoppingmalls, Kinos, Zug, Fähren, alles mögliche. Da war ein Festival, ein Kulturkunstfestival auf offener Straße, mitten in Bombay, sowas wie vielleicht Oberbaumbrücke und da war eine Reihe Metalldetektoren auf jeder Seite eingestellt, jeder musste da durchgehen. Ich war mit einem indischen Freund da, der guckt sich das an und rastet völlig aus und sagt, dieser Mist, dieser Mist, das ist totaler Unfug, diese Dinger funktionieren entweder nicht richtig, gar nicht, sind nicht richtig eingestellt, also reagieren auch nicht wirklich. Hier geht es gar nicht darum, um eine Sicherheit vor irgendwas zu bezeugen, sondern den Leuten das Gefühl der Unsicherheit zu geben. Wir kennen das auch unter dem Begriff Sicherheitsesoterik, aber eben, um dann aufgrund dieses steigenden Gefühls von Unsicherheit wegen nichts, dann eben auch die Überwachungsmaßnahmen tatsächlich der Gesellschaft gegenüber durchsetzen zu können und das letzte Mal ist mir das passiert, vor ungefähr drei Wochen, da war ich bei O2 und habe versucht, eine Prepaid-Karte zu registrieren und dann haben die, ohne dass ich groß nachgefragt habe, die Tatsache, dass man da jetzt mit dem Ausweis scannen und alles Mögliche und das überprüft wird, ein Jesus-Zirkus, es kann Tage, wenn nicht Wochen dauern, wenn es irgendwas hängt, dann sagten die, ja, es passiert ja so viel, das hörte ich mehrfach, es passiert ja so viel und irgendwann kam dann, ja, sie wollen ja auch nicht, dass es jetzt dazu kommen kann, dass irgendwelche Terroristen Bomben mit einer nicht registrierten Prepaid-Karte zünden, es passiert ja so viel. Ja, also, und ich so, hä? Und habe daraus eben für mich grundsätzlich mitgenommen, noch aufmerksamer gegenüber solchen Aspekten in Gesprächen zu sein und nach Möglichkeit dann eben auch immer zu sagen, nee, Moment mal, du bist ja gerade auf dem falschen Dampfer, lass mal drüber sprechen, vielleicht ist das gar nicht so, vielleicht erzählt dir da nur jemand was. Genau, das war ja jetzt eher ein Statement als eine Frage. Genau. Ja, also mit so einem, also nicht mit einem Metalldirektor, aber mit einem Nacktscanner hatte ich auch mal ein sehr interessantes Erlebnis hier in Berlin-Tegel, war es, meine ich, da habe ich mich aus Versehen an der falschen Schlange angestellt und als ich dann vorne war und gesehen habe, hoch, das ist ja die Nacktscanner-Schlange, habe ich dann gedacht so, hm, okay, ich stelle mich doch lieber anders an. Das auch dem Beamten gesagt, so ja, ich möchte da nicht durchgehen, und ich stelle mich mal woanders an. Da meinte er so, nein. Ich so, warum? Er so, ja, das ist jetzt aber schon verdächtig, dass sie jetzt hier sich angestellt haben und jetzt woanders hingehen wollen. Ich so, ja, also ich will da halt nicht durchgehen. Der so, ja, das geht jetzt aber nicht. Ich so, ja, warum? So, ja, das geht jetzt nicht. Dann hat der, also dann gab es noch eine Diskussion, da habe ich irgendwann gesagt, so, ja, ich gehe hier jetzt einfach nicht durch. Der so, ja, dann muss ich wohl die Kollegen rufen. Da habe ich gesagt, so, ja, ja, machen Sie das doch. Ja, dann hat er noch mal ein bisschen telefoniert und ich glaube, es lag daran, dass ich gesagt habe, ach ja, Zeit habe ich ja, es passt ja thematisch auch ganz gut, ich bin auf dem Weg zu einer Bürgerrechtskonferenz, dass er dann gedacht hat, hm, okay, vielleicht doch eine schlechte Idee, aber ich muss dann trotzdem natürlich eine Spezialdurchsuchung über mich ergehen lassen und einen Wischtest für Sprengstoff. Einfach nur, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht durch den Freiwilligen, ich betone es noch mal, er ist ja freiwillig, Nacktscanner am Flughafen. Und das ist, finde ich, schon ein erschreckendes Ding. Wenn man merkt, dass eigentlich, ja, Maßnahmen, die auch erst mal eingeführt werden mit dem Hinweis, das ist freiwillig, ja, sie müssen das nicht machen, es ist freiwillig, jedem steht es freiwillig, wir zwingen niemanden dazu, wo ich mich dann auch frage, naja, also wenn man überzeugt davon ist, dass es für die Sicherheit absolut notwendig ist und es ist freiwillig, dann macht das ja irgendwie auch keinen Sinn. Ganz davon abgesehen, rutscht man sehr schnell in diese Dynamik rein, dass es nicht freiwillig ist. Ja, wer, genau, er hat auch noch mal zu mir gesagt, so ja, wie sie haben noch nichts zu verbergen, also wo ich dachte, okay, im Kontext eines Nacktscanners ist das echt creepy, sie mir das jetzt gerade sagen, aber gut. Und da müssen wir tatsächlich sehr, sehr aufpassen, dass wir eben nicht diese Normalisierung zulassen und wobei ich allerdings nicht sagen würde, dass die Begründung oder der Sinn dahinter oder die Intention hinter dem Aufstellen von solchen Pseudo-Apparaten oder Pseudo-Sicherheitsmaßnahmen irgendwo wirklich wäre, dass man nicht, oder dass man den Menschen das Gefühl von Angst geben will. Ich würde eher als Ökonomin sagen, das ist ein knallharte ökonomische Interesse. Ja, es gibt einen Verkäufer von diesen Metalldetektoren, der macht bestimmt ein super Geschäft damit und es gibt einen Verkäufer von Nacktscannern, der macht bestimmt auch ein super Geschäft mit damit. Und es gibt gleichzeitig Politiker, die dann kurz vor der Wahl unter Druck stehen, nach dem Motto, machen Sie doch mal was und einfach diese Nacktscanner zu bestellen, ist zehnmal einfacher, als sich ein Wissenschaftlerteam ins Haus zu holen, die einem eine detaillierte Risikoanalyse fundiert machen. Mit vielleicht noch komplizierten Hinweisen, die sich nicht auf dem Wahlplakat drucken lassen. Das ist eher so meine Denke. Das war, wie gesagt, die Meinung von einem Freund in Indien, der sich damit auch schon beschäftigt. Also der hatte diese Meinung, das ist dem nicht in dem Moment eingefallen. Und ich glaube, das ist auch, was da tatsächlich die Erstmotivation ist. Das Unsicherheitsgefühl der Bevölkerung wird durch solche Dinge, die möglicherweise gar nicht das liefern können, was sie versprechen, verstärkt. Das mag ein willkommener Kollateralschaden sein an der Stelle, aber trotzdem genau an der Stelle, wenn die Leute sagen, ja, es passiert ja so viel, es ist gut, dass die Regierung etwas tut. Ich lasse mich gerne öfters durchleuchten. Ich lasse mich gerne dieses. Ich lasse mich gerne, weil es passiert ja zu viel, da mal eben jederzeit zu sagen, im Moment, es passiert gar nicht so viel möglicherweise. Es passieren Dinge, aber passiert wirklich so viel. Sind diese Dinge tatsächlich geeignet, das, was da passiert, zu verbessern oder da was gegen zu tun? Oder wird ein Terrorist, der eine Bombe mit einer SIM-Karte zünden will, nicht doch jederzeit in der Lage sein, sich diese SIM-Karte nicht registriert verschaffen zu können? Und im Gegenzug dafür aber wir alle, ohne dass wir irgendetwas getan haben, bis aufs Letzte, mit einer Fotokopie unseres Personalausweises, mit dieser SIM-Karte registriert sind, ohne dass es tatsächlich einen Grund dafür gibt. Wer, auf wen wirkt denn diese Maßnahme tatsächlich? Wirkt sie auf die, die sie eigentlich adressieren soll? Oder auf alle anderen? Diese Frage, glaube ich, muss man immer wieder öfter stellen und mit Leuten, die da naiv oder nicht so kritisch gegenüber sind, einfach immer wieder besprechen. Freundlich, kooperativ. Die Frage ist nur, wo finden wir sie und wie kommen wir zur Kommunikation? Überall. Ja, obwohl, da ist ja wirklich das Beispiel mit der SIM-Karte, finde ich ja herrlich, weil ich mich dann frage, wie unsicher muss man in den 60er, 70er Jahren eigentlich gelebt haben mit den ganzen Telefonzellen, die überall sind. Man muss sich mal vorstellen, jeder konnte einfach so jemanden anrufen. Anonym, unvorstellbar heute. Und wenn man das mal Leuten nochmal sagt, reflektieren viele Leute eigentlich so, okay, ja gut, das ist tatsächlich so ein bisschen unlogisch. Man braucht ja nur ein Handy zu spielen. Ja. Also der nächste Vortragende. Ich bin der Bernd Hintz. Erste Mal, ich wollte ja schon früher mal kommen, ich kenne den Rainer schon vor 40 Jahren. Ich bin seit 40 Jahren Sozialdemokrat und immer noch, und ich werde es auch bleiben, ob vielleicht nicht in der SPD, weil im Augenblick gerade ein Parteiordnungsverfahren gegen mich initiiert wird, weil ich zu radikale Positionen vielleicht vertrete. Ich habe auf den Gedanken nochmal einzugehen, es gibt wirklich gesellschaftliche Kräfte, die versuchen, Angst zu erzeugen in der Gesellschaft, auch wegen Wahlergebnissen. Wir haben ja beim letzten Wahlergebnis gesehen, die AfD hat ja gerade wegen dieser Angst, die produziert worden ist, so viele Stimmen bekommen. Und zu diesen Kräften, die diese Angst produzieren wollen, gehören natürlich die reaktionären Kräfte, Geheimdienste auch. Ich habe konkret zu dem Thema beizusteuern, dass ich eine Petition im Bundestag und auch im Internet gestartet habe, die leider nicht so sehr erfolgreich war, mit der Forderung, alle Geheimdienste weltweit zu ächten. Das heißt, es klingt erstmal utopisch, aber das ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, dieses Problem wirklich grundlegend zu beseitigen, weil eine bessere Überwachung von Geheimdiensten wird nicht gehen, weil Geheimdienste per se geheim sind und nicht überwacht werden können. Das müssen wir einsehen. Das heißt, und Geheimdienste sind nicht etwa nur ein Fremdkörper in der Demokratie, sie sind eine Eiterbeule in der Demokratie. Sie sind eine kriminelle, vom Prinzip her schon kriminelle Vereinigung, weil sie ja gegen Gesetze verstoßen sollen, im Ausland, zum Teil machen sie es auch im Inland. In diesem Zusammenhang eine Bemerkung, ich habe vor drei Tagen gelesen, dass bei diesem Abu-Wala-Prozess, ich glaube in Münster oder so, auch zum Problem Amri etwas rausgekommen ist, nämlich dass der V-Mann, der mit dem Amri zusammen Kontakt hatte, ihn mehrmals aufgefordert haben soll, endlich doch Anschläge zu machen. Es steht in der Süddeutschen Zeitung, vor drei Tagen. Das ist ein Punkt, der, glaube ich, auch im Untersuchungsausschuss nochmal zur Sprache kommen sollte, weil die Terminierung dieses Anschlags, Amri, ist ja optimal gewesen. Nicht vor den Berliner Wahlen, das hätte dem Henkel geschadet, nicht vor der Bundestagswahl direkt, das hätte der Merkel und dem de Maizière geschadet, sondern vor den Landtagswahlen, vor den Landtagswahlen. Und dass der Mann nicht festgesetzt worden ist. Wie bei anderen Fällen auch. Das Problem ist, die Hauptprofiteure vom Terror sind Geheimdienste. Weil jedes Mal, wenn es kracht, kriegen sie mehr Geld, mehr Personal, mehr Reisemittel, mehr Ermächtigungsgesetze. Sie kriegen alles, was sie wollen. Es muss nur krachen. Und weil sie dieses Interesse haben, haben sie auch gar kein Interesse, den Terror irgendwie zu bekämpfen, sondern ihm den Weg freizuschaufeln. Das haben wir bei NSU gesehen. Das haben wir bei RAF sogar schon gesehen. Die ersten Waffen kamen ja vom Verfassungsschutz. Die Waffen bei NSU kamen vom Verfassungsschutz. Das ist doch alles schon dokumentiert. Da braucht man doch nur noch eins und eins zusammenzuzählen. Ich will es nicht so lange machen. Eine Meinung nach, das fing ja an mit 2001. Ich erinnere mich noch dran, am Vormittag habe ich mir N24 angeguckt, vor den Anschlägen. War ein Interview mit einem israelischen Botschafter. Ich weiß nicht, wie der damals hieß, ich habe es mal gegoogelt, dem standen Schweißperlen auf der Stirn. Ich dachte, naja, Studio und so. Er war aber auch sehr nervös. Und er sagte, wir dürfen nicht weiter an der Gewaltspirale drehen im Nahen Osten. Wir wollen das beenden. Ich dachte, was ist jetzt denn los? Das haben wir noch nie gesagt. Das ist ganz neu. Und es ist immer noch nicht geklärt, wer eigentlich schon vor den Anschlägen spekuliert hat gegen die Fluggesellschaften. Das heißt, es wussten vor dem Anschlag schon wichtige Kreise. Entschuldigung, wenn ich das jetzt unterbrechen muss. Für mich ist da einfach so viel Spekulation dabei. Also ich bin jederzeit dabei, wenn man dem Verfassungsschutz und den Geheimdiensten grobe Inkompetenz und Fahrlässigkeit unterstellt und ihnen unterstellt, dass sie ihre V-Männer nicht im Griff haben. Ja, da bin ich absolut dabei. Aber das hört sich jetzt so ein bisschen nach einem Gesamtplan an, für den ich keine Belege sehe und der uns da auch in der Diskussion nicht weiterbringt. Aber die Forderung ist, alle Geheimdienste müssen, wir haben die Erfahrung mit der Stasi, wir haben mit der Gestapo, wir haben mit NSU und CRE, genug Erfahrung mit KGB, kann ich auch nennen. Das ist ein Milliardending. Und außerdem kriegen wir Unterstützung sogar von der Industrie. Die wissen, dass Internet 4.0 nur dann funktioniert, wenn wir nicht auf der ganzen Welt 300, 400 Geheimdienste haben, die sich dort einhacken. Und der Höttges von der Telekom hat einmal gesagt, wir brauchen die Ächtung aller Hackerversuche. Hat er selber formuliert. Also da bin ich gegen. Also als jemand, der den CCC unterstützt, muss ich sagen, ich bin gegen die Ächtung von Hackern. Aber nochmal, gibt es hier eine Frage oder wird das ein cool Referat? Darf ich da nochmal, so als jemand, der versucht, du hast deine Aussagen gemacht, aus deiner Sicht ist es so, wie du es beschrieben hast, sonst hättest du das so nicht vorgetragen, aber es gibt, da denke ich doch, einen großen Spekulationsraum. Und deshalb lohnt es sich jetzt nicht, weiter darüber zu reden. Es ist ja die Forderung nicht richtig, alle Geheimdienste, das ist international, oder eben nicht echt, wie Atomwaggen, wie ABC-Waffen, wie Landminen, denn Geheimdienste sind die Kriegsgefahr der Zukunft. Also die Forderung, Geheimdienste abschaffen, ist nicht neu, die ist in allen Kreisen da. Wie sie dann begründet wird, darüber kann es möglicherweise einen Streit geben, den wir heute, glaube ich, nicht ausfechten können. Oder da gibt es, wie gesagt, diesen Interpretationsraum, und der ist sehr groß, insofern wird es weiterhin zu dem Thema unterschiedliche Meinungen geben, aber es ist völlig richtig, ein Geheimdienst ist ein Staat im Staate, und insofern resultieren daraus bestimmte Gefahren für eine offene, demokratische Gesellschaft. Bitte. Ich möchte hier mal aus meinem Blickwelt erzählen, das ist etwas, wo ich eigentlich ungewollt drin bin, quasi hineingezogen bin durch meine Familie oder Familienangehörigen sozusagen, meine Kinder. Ich kann nur sagen, dass es natürlich keine Gleichberechtigung, keine Gleichstellung mehr gibt, keine Neutralität mehr gewährleistet wird. Da stimme ich Ihnen sehr zu. Es gab zum Beispiel, es gibt Richter oder eine Richterin am Kammergericht, die dann Aussagen gibt, wie gegenüber dem Kind, dann sind Sie denn gegen Multikulti, ohne also mich zu kennen oder jemand anders, nur vom Einmal sehen und sagt dann, sehen Sie nicht, dass Ihr Kind mehr nach dem Vater kommt. Sowas kann einfach nicht mehr sein, dass sowas hier passiert. Das andere ist, warum es hier Fingerabdrücke überprüft werden und sowas, das kann ich verstehen. Das sehe ich jetzt auch nicht als komplette Überwachung, sondern als Prüfung einfach. Weil es gibt halt Menschen, die sich neue Namen zulegen und wie auch immer und da muss man die Identität überprüfen. Die machen das nicht ohne Grund. Also es hat schon einiges seine Begründung und ich ja ich weiß auch, dass aus meiner Erfahrung, dass zum Beispiel hochgebildete Immigranten oder wer auch immer auch Deutsche, wenn die hochgebildet sind oder wohlhabend nicht weiter wirklich verfolgt werden, sondern eher die Schwächeren oder die nicht so viel haben. Ja, also es sollte natürlich kein Generalverdacht existieren oder geben, sondern es muss eine Prüfung geben, warum jemand hier ist. Weil es gibt immer einen Grund, das muss schon überprüft werden, das finde ich schon wichtig. Darf ich da kurz einhaken? Haben Sie den Eindruck, dass unser Asylrecht ausgenutzt wird? Haben Sie den Eindruck, dass Deutschland die Tore aufgebracht hat aufgebracht hat für die 160 Millionen Flüchtlinge? Ja, also ich weiß, ich habe Kontakte... 160 Millionen? Hä? Wenn wir mindestens 60 Millionen heute sind unterwegs aufgrund der Situation in ihren Ländern, wir wissen, die Klimakatastrophe wird weitere Flüchtlinge sozusagen natürlich freisetzen, weil sie flüchten vor ihrer Situation. Insofern denke ich, beginnt doch die Frage, was tun wir, uns um auf diese Situation vorzubereiten? Bauen wir die Mauern oder öffnen wir unsere Gesellschaft für das Not in dieser Welt? Und dann ist sicherlich klar, gibt es die Frage, wie viel kann man leisten? Sind Sie der Meinung, dass Deutschland bereits jetzt überfordert ist? Ich weiß nicht, ob es hier um Überforderung oder so geht. Ich glaube, es geht. Ich bin so ziemlich überzeugt, dass es hier um Ausnutzung geht. Es wurden Ausländer schon vor Jahrzehnten oder zumindest vor einem Jahrzehnt angeworben über Firmen. Und ich habe Kontakte zu gewissen Ausländern, die haben mir die Internetseiten weitergeleitet und haben mich gefragt, wie sie denn hierher kommen können. Die wurden schon längst angeworben, bevor hier die Krise losging für Pflegedienste und so weiter. Dem wurde alles hier versprochen. Dem wurde also suggeriert, die bekommen hier alles. Aber wenn wir uns diese Internetseiten angucken, dann sehen wir, sie werden da ausgenutzt. Die werden zumindest Löhne bezahlt. Gut, man muss ihrer Meinung nicht zustimmen. Ist das okay? Ich glaube, wir haben sie verstanden. Es ist nicht nur eine Meinung, ich habe es so weitergeleitet bekommen, also ich kann Ihnen eine Internetseite zumindest gerne mal schicken, wenn sie noch existiert. Jedenfalls gibt es das? Darf ich bitten? Ich denke, Sie haben Ihr Thema, Ihre Sichtweise auf das Thema Flüchtlinge und wer darf hierherkommen vorgetragen. Ich würde das jetzt nicht unbedingt fortsetzen wollen. Es gibt auch andere, die Beiträge haben und Fragen haben. Insofern bitte ich darum. Nur noch ein Abschlusssatz. Ich bin nicht gegen Ausländer, ich habe auch viele Freunde, aber ich habe das Gefühl, dass wir hier bewusst aufgehetzt werden gegeneinander. Das Klatschen kann ich jetzt nicht ganz verstehen, aber okay. Wir sind ja der Raum für freie Meinungsäußerung. Wir weisen Sie allerdings zurück, wenn Sie rassistisch werden. Gut. Ich bin heute nicht zum ersten Mal hier, ich möchte mal meine Meinung sagen. Da ist vielleicht auch etwas Spekulatives dabei. Der Mensch neigt ja eigentlich nicht nur zur Gemeinsamkeit, sondern ist auch in der Lage, gemeinsame Zwietrachten zu sehen, wenn man bestimmte Ziele erreichen will. Ich sage das aus dem Grund, was Fremde betrifft, ist es eigentlich ganz natürlich, dass man erst mal schaut, was will der eigentlich, warum ist der hier, wie kann ich ihn dann im Wendeweg, wenn er wirklich ein Problem hat, auch so unterstützen, dass er weiterkommt. Aber das ist nicht erst ein Problem, seitdem diese Einwanderungswelle, aus welchen Gründen auch immer, stattfindet, sondern das ist eigentlich seitdem die Menschheit bräuslich geworden ist, sesshaft geworden ist, das gab es im Altertum, das gibt es im Mittelalter. Ich kann hier nur ein Buch empfehlen, William Shakespeare, die Fremden Anfang des 16. Jahrhunderts, wie man dort, wie die Bevölkerung dort zu den Fremden stand, die aus politischen oder Glaubensgründen aus Frankreich, die Hogenotten dort nach Frankreich gekommen sind. Die Einwohner oder die Einheimischen haben auch immer die als Konkurrenten gesehen, das ist einfach so. Nun zu dem Problem Überwachung, wir reden über die offene öffentliche Überwachung und da bin ich der Meinung, da sollten wir uns schon mal Gedanken machen, weil die Kameras, die an öffentlichen Plätzen aufgestellt werden, die finanzieren wir alle als Steuerzahler selber. Das Geld kommt nicht irgendwo her und wenn man die Überwachungsbilder in den letzten Fall sieht mit dieser Lebensmittelvergiftung, das waren Konzernen, der die Überwachungsfotos zur Verfügung gestellt hat, das ist eine andere Geschichte. Mir ist bekannt, dass wöchentlich im Bundes, in unserer Regierung eine Gruppe zusammenkommt, wo sich die Regierung und Vertreter des Bundestages mit den Vertretern von Geheimdiensten abstimmen. Und gehe ich mal davon aus, dass kein Geheimdienst unbedingt daran arbeiten wird, zu sagen, er wird überflüssig. Die sind immer daran interessiert, dass sie ihre Daseinsberechtigung nachweisen. Das ist eine reine Spekulation, weil diese Sitzungen sind geheim. Man erfährt gar nicht, worum es dort geht. Und in öffentlichen Verhandlungen wie dem NSU-Prozess bleiben so viele Fragen übrig, obwohl der Prozess jetzt abgeschlossen ist. Welche Rolle spielen denn die Geheimdienste dort? Und da bin ich bei den Vorrednern. Wenn das nicht offengelegt wird, dann brauche ich diese nicht. Mir geht es aber nicht nur um die öffentliche Überwachung. Es gibt eine Berliner Landesverfassung. Da gibt es Artikel 33 das Recht des Einzelnen grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu Bestimmungen wird gewährleistet. Nun haben wir heute einen historischen Tag. Die Homo-Ehe ist gesetzlich in Kraft. Aber was nicht gesagt wurde, ist, dass im Nachhinein oder im Hintergrund gleichzeitig gesetzlich beschlossen wurde, dass das Bankgeheimnis aufgehoben wurde, in irgendeiner anderen Richtung. Heute hat jedes Amt, jede Behörde das Recht, Bankkonten bei einer Sparkasse von Betroffenen zu überprüfen. Unabhängig, ohne dich zu fragen. Das ist verfassungswidrig. Und wir lassen alle zu, dass das Bundestag den Leuten beschließen, die wir beauftragen, die wir mit unserem Geld bezahlen, dass sie das tun, dass sie gegen uns arbeiten, Entschuldigung, da habe ich was dagegen. Und das Zweite ist, um das mal zu verdeutlichen, europaweit arbeitet man im Moment daran, dass Privatbankkonten bis zu 20 Tagen gesperrt werden können. Unabhängig davon, dass um solche Bankpleiten, wie sie mal eingetreten sind, zu verhindern, hier geht es um Geld, um Banken, um das Bankensystem, nach dem angeblich unserer Gesellschaft, wie wir alle ticken, organisiert ist. Und das wird im Hintergrund gemacht. Im Vordergrund geht es um eine Menschengruppe, die vielleicht 5 bis 7 Prozent der Bevölkerung betrifft, aber im Hintergrund werden Dinge beschlossen, die gegen das gesamte Volk sich richten. Gegen Grundrechte, gegen aufgeschriebene Gesetze. Und das lassen wir alle zu. Da bin ich voll beim Verein, dass wir sagen, wir brauchen eigentlich mehr öffentliche Gemeinsamkeit, dass wir öffentlich zusammenkommen und uns erstmal über unsere gesetzlichen oder Staatsgrundlagen selber Gedanken machen, was steht da eigentlich drin. Soweit, so gut. Ja, also beim Thema Geheimdienste war mir ehrlich gesagt auch wieder ein bisschen so viel Spekulation mit drin, was ich aber auf jeden Fall, sage ich mal, Bedenken, die ich teile, ist in Bezug auf die Aufweichung des Bankgeheimnisses beziehungsweise die Kompetenz von Behörden, Bankdaten abfragen zu stellen. Das hört sich erstmal total sinnvoll an und es wurde vor einigen Jahren in Deutschland eingeführt, dass Behörden eine sehr geringe Hürde haben, um Bankdaten abzufragen und es wurde eben mit Terrorismusbekämpfung argumentiert. Jetzt hat aber hat die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit da auch mal Zahlen zu vorgelegt, was für Abfragen es denn nach dieser gesetzlichen Grundlage gab und wer davon betroffen ist und ein Großteil der Abfragen und das waren eben mehr als 100.000 in Deutschland waren Hartz-IV-Empfänger, deren Bankdaten aufgrund von diesem Gesetz abgefragt wurden und das ist ein klassisches Beispiel wieder von Gesetzgebung, sage ich mal, die eingeführt wird mit der Argumentation, es ist aber für die Terrorbekämpfung gut, aber im Endeffekt sind eben ganz andere gesellschaftliche Gruppen davon betroffen und zielführend ist es im Zweifel dann nicht unbedingt. Abschließend dazu vielleicht noch eine Bemerkung, einzig und allein im Bundestag werden Gesetze beschlossen, wie auch immer die entstehen, denn das sind unsere Volksvertreter. Manche Sachen bleiben im Raum stehen, weil, wie gesagt, wir hier eben keine Talkshow sind, die versucht, einen Mainstream herauszubilden, sondern hier ist der Platz für freie Meinungsäußerung, das wollen wir auch bleiben, aber ich bitte doch, dass alle da sich ja auch weitere melden, die Zeit nicht überziehen, wir hatten mal so eine Vorgabe, etwa drei Minuten für eine Frage oder für ein Statement, das sollten wir auch jetzt dann versuchen weiterhin einzuhalten. Es gibt eine gewisse Toleranz, aber die geht nicht bis zu einer Viertelstunde. Bitte. Ich bin Peter Görings, ich sage mal so, ich bin gelernter Papa. Ich bin gelernter Papa, um das mal also für mich ist der Kern der Gesellschaft die Familie und um meine Meinung vorneweg zu stellen ist, Demokratie bedeutet ja, dass ich einem Vertreter mein Vertrauen ausspreche und ich habe ein Problem damit, wenn ich die Kontrolle nicht zurückbekomme, das heißt, wenn der Vertreter mir nicht vertraut. Das ist aber immer noch das Symptom und wenn ich die Familie als Kern sehe, kann ich meine Kinder auch zu Terroristen erziehen, indem ich ihnen einfach nicht zuhöre, weil dieser Terrorismus ist einfach nur eine Ausdrucksform dessen, dass irgendwelchen Kräften in der Gesellschaft oder in der Familie nicht zugehört wird. Ich beobachte das viel in anderen Familien, also ich selber brauche das nicht, meine Kinder haben auch kein, also ich hatte noch nie Trotzalter oder sowas, gibt es nicht, weil ich höre zu. Aber der Terrorismus ist eine Ausdrucksform dessen, dass man eben sich Gehör verschafft. Und das heißt, wenn wir jetzt über Terrorismus reden, habe ich da auch schon allein mit der Rhetorik ein Problem. Wenn wir fragen, was kann ich gegen Terrorismus machen, impliziert diese Frage bereits, es gäbe ein Mittel gegen Terrorismus. Es gibt kein Mittel gegen Terrorismus, den kann man nur ertragen. Ein Mittel, um Terrorismus zu verhindern, wäre, jedem, jeder Strömung in der Gesellschaft auch mal ein Ohr zu schenken. Das heißt, wir reden die ganze Zeit über Symptome, Symptome hier, Symptome da, alles Symptome. Die Ursache ist, dass bestimmten Kräften in der gesellschaftlichen Entwicklung nicht zugehört wird. Und wenn ich jetzt die Gesellschaft mal wieder aus diesem juristischen Konstrukt rausnehme und würde einfach mal sagen, die Gesellschaft ist eine natürliche Person, dann würde diese natürliche Person unter schulmedizinischer Sichtspunkten würde paranoid wahrscheinlich die beste Bezeichnung sein. Weil wenn ich meine Tochter kontrolliere, auf ihr Handy ständig gucke und nun wird sie natürlich auch aufrüsten und dann versuchen, mir die Kontrolle zu entziehen, weil sie hat ja das Recht auf Selbstkontrolle. Und dieses Recht auf Selbstkontrolle steht natürlich diametral gegenüber der Kontrolle gegenüber. Das heißt also wir rüsten beide Seiten auf, wir reden nur über Symptome. Die Ursache wäre, dass wir den Staat grundsätzlich, also im Prinzip auch das mal machen, was wir, ich bin ja auch Ausbilder, also was ich meinen Lehrlingen beibringe, wie der Staat funktionieren soll. Was wir uns mal vorgestellt haben, wie dieser Staat insgesamt funktioniert und ich habe da auch, also ich stehe da voll bei Ihnen, also ich habe von Richtern schon Aussagen, ich habe vom Bürgermeister Aussagen, die letztendlich, wo ich mich dann genötigt sah, zu fragen, sind Sie überhaupt ein gesetzlicher Richter oder an welcher Funktion sitzen Sie jetzt da? Ist das hier ein ordentliches Gericht? Weil es geht ja immer noch um Eingangsbetrug und 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 und, private Schiedsgerichte und so weiter. Also es geht hier aus meiner Sicht zu viel um Symptome und zu wenig um die Frage, kann man Terrorismus bekämpfen? Man kann ihn nicht bekämpfen, man kann ihn nur ertragen. und ich kann auch meine Kinder zu Teraus erziehen, indem ich ihnen lange genug nicht zuhöre. Das ist mein Städtmänner zu. Ja, sehe ich anders. Wenn man sich mal anschaut, was für von was für einer Form von Terror oder Attentaten wir eigentlich sprechen in den letzten Jahren, sowohl in Deutschland als auch in Europa als auch vielleicht in den USA, dann ist es ja so, dass wir da eine ganz mannigfaltige, sag ich mal, unterschiedliche Formen haben, wie Menschen auf die Idee kommen, so weit zu gehen, dass sie andere Menschen töten. Zum einen haben wir natürlich in Deutschland zahlreiche rechtsextreme Gruppen, die halt ein grundlegend menschenverachtendes Bild haben und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin nicht der Meinung, dass man der German Defense League zuhören muss, weil sie Anschläge verübt, weil die Lehre daraus wäre ja auch, verübe Anschläge und dann hören wir dir zu. Ich glaube, das ist nicht so wirklich ein pädagogischer Ansatz, den man fahren möchte. Das andere ist, wir hatten in den letzten Jahrzehnten auch zahlreiche Attentate, die sich aus dem Sektenumfeld sozialisieren. Ja, das sind Leute, die einfach nachhaltig verblendet sind. Da denke ich auch nicht, dass man den Menschen unbedingt zuhören muss. Da sehe ich keinen Mehrwert drin. Es gibt zahlreiche Reichsbürger Organisationen in Deutschland, wo ich auch der Meinung bin, zuhören, weil Leute andere Menschen umbringen, ist jetzt auch nicht unbedingt der Umgang, den ich mir wünsche. Und natürlich, das darf man nicht vergessen, gibt es sehr viele Menschen, die einfach auch geistig verwirrt sind im Zuge dessen, sich dann in Dinge reinsteigern, die schlussendlich dazu führen, dass sie auf Menschen losgehen. und die Trennlinie zwischen dem einen und dem anderen ist oft nicht so genau zu ziehen. Und ich denke schon, dass man etwas dagegen tun kann, dass Menschen überhaupt sich Gruppen anschließen, die eben geschlossene Weltbilder transportieren. Da können wir sehr viel im Bereich der Bildung tun, dass man einfach merkt, okay, was für Mechanismen werden da angewandt, weil es sind ja oft ähnliche Mechanismen, die von unterschiedlichen Gruppen oder auch von religiösen Gruppen angewendet werden, sprich Isolierung vom Umfeld, auch die Ächtung von anderen Meinungen innerhalb von einer Gruppe und dass Menschen dafür sensibilisiert werden, was da passiert. Ich muss aber auch ganz klar sagen, dass in Deutschland wir Situationen haben, ich habe gestern noch in der Zeitung gelesen, dass in irgendeinem Jugendheim in Deutschland eine rechtsradikale Gruppe ein Konzert machen wirfte, wo ich mir denke, da könnten wir anfangen, dass mit Steuergeldern so etwas nicht finanziert wird. Das wäre das Mindestniveau, was ich was ich mir in Deutschland wünsche. Von daher, ich denke, ich würde schon die Meinung teilen, dass man niemals hundertprozentige Sicherheit erreichen kann. Wenn man beispielsweise einen Feuerwehrmann fragt, wie kann ich erreichen, dass wir keine Brände mehr in Deutschland haben, würde er sagen, naja, dann sollte alles nur noch aus Beton bestehen. Und das wäre ja kein Land, in dem man leben möchte. Genau, hundertprozentige Sicherheit wird es nicht haben. Ich glaube aber schon, dass der Staat da im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich es ist, dass man eben von so Gruppen vereinnahmt wird, dass man das schon etwas machen kann. Also dass man Kindern beispielsweise in der Erziehung vermittelt, dass sie eben nicht machtlos sind, weil so mangelnde Wirkmächtigkeit wird ja immer in der psychologischen Forschung beispielsweise als eine eine Triebfeder gesehen, warum Menschen sich beispielsweise von Verschwörungstheorien angezogen fühlen und dass man einfach sehr stark guckt, dass man mündige, selbstständige Bürger alles mit auf den Weg gibt, damit sie auch selbstständig erkennen können, wenn jemand sie versucht gezielt zu manipulieren und eben als Mittel zum Zweck zu benutzen. Sorry, er hat nicht höflich. Wir sind kein Club, wo jeder sozusagen sich so verhält, wie er das egoistisch macht. Sie haben eine Meinung dargestellt, darauf geantwortet und ich denke, bitte, ich bitte Sie. Sie hat jetzt eine Antwort gegeben auf mein Statement und das, was sie gesagt hat, ist Polarität und Dualität. Das heißt also, ich versuche dieses einfache Selten. Der Ton ist nicht da, lassen Sie es im Raum stehen. Das ist der Grundgedanke, wo ich dann dagegen vorgehen kann. Also in dem Moment, wo ich was reduziere auf die Polarität oder auf die Dualität, in dem Moment kann ich diese Diskussion entführen. Also das ist die Umgehung der Sache. Ich dachte, wir hätten hier so unter uns die europäische Höflichkeit, dass man auch darauf reagiert und es einfach mal im Raum stehen lässt. Sie haben mich nicht verstanden. Okay. Gut, ich versuche mal wieder auf den Punkt zurückzukommen. Also ganz einfach, das Problem ist, wir haben terroristische Anschläge. Damit müssen wir irgendwie umgehen. Die Frage ist, wie? Und zwar letztendlich unter dem Aspekt Angemessenheit. Nun ist es ein gehyptes Thema, das heißt, es wäre nicht unüblich, dass man da entsprechend auch mehr Mittel reinpackt im Verhältnis, als man vielleicht, wo man woanders vielleicht einen wesentlich höheren Effekt erzielen könnte. Das wird einfach nun mal so sein. Damit komme ich im Wesentlichen auf meine Frage. Die ist nämlich, es gab ja so einige Berichte, was hier effizient ist und was weniger effizient ist, aber ich habe, ich kenne also keine Studien oder irgendwas, wo mal jemand gesagt hat, also Kameras kann man vergessen oder Kameras sind gut oder Überwachung von Leuten ist super, wenn wir die ganzen Handys ausspionieren, oder Computer oder was auch immer oder bis hin zu Clouds und ich weiß nicht, das ist ja ein unglaublicher Aufwand, da werden ja so wahnsinnig viele Daten gesammelt, dass man zwar mit so Sortierprogrammen da natürlich filtern kann, aber nichtsdestotrotz braucht man irgendwo auch Menschen, die jetzt gucken, ist das relevant, ist es nicht. Also, wie weit bist du in diesem Thema? Kannst du da was zu sagen? Gibt es da Beispiele? Ja, also gerade zum Thema Videoüberwachung gibt es tatsächlich sehr viel Forschung, da haben sich Forscher beispielsweise angeschaut, wie entwickeln sich die Kriminalitätszahlen in einem Viertel oder in einer Stadt in dem Moment, wo Videoüberwachung reinkommt, weil das sind ja Zahlen, also da hat man einfach auch statistische Zahlen, klar, es gibt bei Kriminalität immer so ein Dunkelfeld von Dingen, die nicht gemeldet werden und nicht zur Anzeige gebracht werden, aber im Groben und Ganzen kann man das ja schon sagen und vergleichen. Und was spannend war, ist, dass in Städten, in denen Videoüberwachung eben in den Zentren oder meistens wird es eben in den reichen, eher reichen, wohlhabenden Zentren eingeführt, dass dort eine Entwicklung stattfindet, dass es nicht etwa weniger Kriminalität insgesamt gibt, sondern die Kriminalität verlagert sich. Das heißt, die Taschendiebe, sage ich mal, die sonst unterwegs waren auf der Hauptstraße, die gehen dann vielleicht in ein ärmeres Viertel. Und das Problem dabei ist, dass die Zahlen auch sehr deutlich sagen, das ist eigentlich so die einzige Möglichkeit, die es dann geben will, sage ich mal, flächendeckend zu überwachen, was dann auch vielleicht nicht so bringt. Und der andere Punkt ist, dass gewisse Straftaten auch, also auf gewisse Straftaten hat das Videoüberwachung überhaupt gar keine Auswirkungen. Also es gab ja gerade in Berlin immer wieder Diskussionen um Straftaten, die sich in U-Bahnen abspielen, Gewaltstraftaten. Und da hat man ja, also da weiß doch jeder Berliner, jede Berlinerin, das wird Videoüberwachung, ja, und es passiert trotzdem immer wieder. Und warum ist das so? Das ist deshalb so, weil es bestimmte Straftaten gibt, die wir im Affekt machen oder die man alkoholisiert macht oder wo es eher, sage ich mal, unter Drogeneinfluss eher dazu kommt, dass man im Affekt jemanden oder jemand jemandem eine reinhaut oder überreagiert. Und auf solche Dinge hat Videoüberwachung nachweislich keinen oder kaum einen Effekt. Und ich habe eine Zeit lang in Hamburg gelebt, ich habe da auch meinen Master gemacht und dort war es so, dass ein Teil der U-Bahn videoüberwacht wurde oder auch der Kiez, also die Reeperbahn. Und dort hat man eben festgestellt, dass so diese, ja, sage ich mal, für dort übliche Kriminalität durch Videoüberwachung nicht abgenommen hat, weil das sind halt meistens Besoffene, die sich nachts, morgens prügeln. So, und denen ist Videoüberwachung egal. Und was man in Hamburg gemacht hat, ist dann einfach wirklich Leute anzustellen, also Ordnungsamt, Sicherheitsdienst, die dann wirklich in den entsprechenden Haltestellen stehen und eingreifen, weil eine Videokamera greift eben nicht ein. Und das ist eben, sage ich mal so, eine Sache, wo die wissenschaftliche Forschung ganz klar sagt, guckt euch erst mal an, was ist das Ziel, wenn das Ziel ist, Kriminalität zu senken oder allgemein, sage ich mal, das Leben in der Stadt besser zu machen, dann macht das ganz oft mehr Sinn, über Leute vor Ort nachzudenken, die beispielsweise eingreifen oder dass man manchmal auch das stattliche, also das bauliche Bild ein bisschen verändert. beispielsweise kann eine Straßenlaterne irgendwo viel mehr Sicherheitsgefühl, gerade für Frauen, die nachts unterwegs sind, bringen als eine Kamera, weil eine Kamera, wenn sich jemand einen Strumpf über den Kopf zieht, die hilft mir nicht weiter. Wenn ich Licht habe, so dann schreckt das Täter eher ab. Und um nochmal auf Datensammlungen zurückzukommen, auch bei der Vorratsdatenspeicherung gibt es ja mittlerweile auch Zahlen aus der Praxis und bei vielen Attentaten in den letzten Jahren haben wir ja ganz klar gesehen, dass Vorratsdatenspeicherung Täter nicht abschreckt. Das ist ja auch relativ klar und eindeutig, wenn ich davon ausgehe, nach einem Anschlag irgendwie tot zu sein, dann ist mir ja total egal. Und außerdem ist es, also ist jeder in der Lage mit ein bisschen Grips und Sachverstand für 10 Euro ein kleines Kind auf dem Schulhof ein Handy abzukaufen oder eine SIM-Card abzuquatschen. Oder halt eben, da brauche ich noch nicht mal auf den Schwarzmarkt zu gehen. Ja, 10 Euro und den Schulhof reichen. Das ist die bittere Wahrheit. Und da muss man einfach auch ganz klar sagen, die Zahlen zeigen bisher, dass Vorratsdaten niemals entscheidend waren, um Straftäter dingfest zu machen, sondern vielmehr es eben an anderen Stellen gescheitert hat. Es wurde ja eben auch angesprochen, dass eben oft die Hinweise bei den Geheimdiensten vorlagen und die gar nicht aufgrund der Daten da waren. Das Problem ist allerdings, dass Überwachung halt immer billiger werden wird. Also wir erleben das ja in Berlin mit dem Südkreuz, dass Gesichtserkennung ausprobiert wird. Und da müssen wir eben aufpassen und am Ball bleiben und halt immer wieder darauf hinweisen, was ist denn eigentlich die faktische, wissenschaftliche Grundlage, mit der das hier argumentiert wird. Und eben, wie du richtig angesprochen hast, die Verhältnismäßigkeit. Also ich war letztens mal in einem Sportetablissement, da war eine Videokamera im Umkleidebereich, wo alle Leute sich nackt ausziehen. Und dann habe ich mit dem Geschäftsführer gesprochen und meinte, geht's noch? Also Sie können doch nicht eine Videokamera im Umkleidebereich, wo Leute sich ausziehen, aufhängen. Und er meinte, ja nee, das geht nicht. Also hier werden so viele Brieftaschen geklaut, das glauben Sie gar nicht, wie oft Schließfächer aufgebrochen werden. Da meinte ich so, ist das Ihr Ernst? Wenn irgendwo eine Brieftasche geklaut wird, dürfen sich dann vier Polizisten meinen Hintern aus drei Blickwinkeln angucken. Finden Sie das verhältnismäßig? Würden Sie Ihre minderjährige Tochter empfehlen, in so ein Etablissement zu gehen? Das ist ja natürlich ausgerastet. Aber diese Diskussion müssen wir halt eben auch führen, weil daran führt kein Weg dran vorbei. Mir ist noch eine interessante Nachfrage eingefallen. Und zwar, man muss ja davon ausgehen, dass bei so einer Überwachung erstmal viele erfasst werden, die sich dann im Grunde als harmlos herausstellen. Gibt es da Zahlen, dass man sagt, also auf einen, der sich dann am Ende tatsächlich als möglicher Täter oder als Täter herausstellt, wie viele Leute kommen dann noch ins Visier, und zwar in der Form, dass sie dann tatsächlich auch Schwierigkeiten kriegen? Also angefangen von verstärkt überwacht werden bis hin zu eingesperrt, Konto gesperrt, was auch immer und dann am Ende man feststellt, war gar nichts. Ja, also da gibt es tatsächlich viele Schicksale, die wirklich erschreckend sind und es werden immer mehr und es hängt immer an einzelnen Überwachungsmaßnahmen, was besonders, sag ich mal, große Berühmtheit erlangt hat, ist der Fall bei der Fluggastdatenspeicherung, das sind quasi Blacklists, die zwischen den einzelnen Flugbehörden ausgetauscht werden, wo eben Geheimdienste sagen, das sind gefährliche Leute. Auf welcher Grundlage sie zu dem Ergebnis kommen, ist halt fraglich und da ist tatsächlich ein neu geborenes Baby mal drauf gelandet. Also es ist ein offensichtlicher Fehler gewesen, es gab auch mehrere Fälle von Menschen, die einfach nur das Pech hatten, einen ähnlichen Namen zu haben oder jemand hat sich vertippt bei der Eingabe des Namens und das hat für Leute wirklich gravierende Folgen, allein wenn man beruflich unterwegs sein muss und dann einfach nicht mehr in Land einreisen kann, ja, dann ist das extrem schwierig. Zusätzlich haben wir ja auch noch in vielen Demokratien die Situation, dass sich die Kategorien immer mehr aufweichen, das heißt, es gab vorher also nur verdächtig, Straftäter, unschuldig und jetzt seit neuestem gibt es ja den Begriff des Gefährders und dann gibt es noch den potenziellen Gefährder, wo ich mir denke, naja, ein potenzieller Gefährder sind wir alle, was ist denn das für ein Rechtsbegriff? Also hier Martin Haaser hat da auch so einen unglaublich tollen Blog, kann ich nur empfehlen, Neusprech, da geht es eben um solche politischen Begriffe und damit müssen wir eben sehr vorsichtig sein. Ein interessantes Beispiel aus Deutschland gibt es zum Thema in Datenbanken landen, da gab es mal eine Anfrage von Piraten im Landtag NRW dazu, wer eigentlich in der Datei Gewalttäter Sport drin ist. Das sind halt Leute, die von der Polizei als Hooligans oder potenzielle Hooligans eingeordnet werden und da kam eben raus, dass mehrere 10.000 Leute in NRW in dieser Datei sind, wo man sich einfach klar werden muss, so viele Hooligans kann es gar nicht sein und da waren eben ganz viele normale Fußballfans, die einfach mal bei dem falschen Spiel dabei waren und dann halt deren Personalien kontrolliert wurden und dann sind sie da eben reingerutscht und ich kenne tatsächlich Freunde, die haben mal so eine Gefährderansprache dann darauf hinbekommen, also dann kommt morgens die Polizei vom Spiel zu dir, klingelt ohren Tag davor und sagt so, hallo Herr Müller, wir wollen jetzt hier ein ernstes Wörtchen mit Ihnen reden, morgen ist ja das Spiel, da wollen Sie sicher hin, passen Sie mal auf, was Sie machen, wir haben ein Auge auf Sie und das ist natürlich schon sehr einschüchternd und ja, das ist tatsächlich ein Problem, je mehr solche Überwachungssysteme es gibt und desto weniger Kontrolle darüber ausgeübt wird, was sind eigentlich die Kriterien, wie ich da lande und sind die überhaupt gerechtfertigt und wie komme ich da wieder raus, weil meistens gibt es ja überhaupt keinen Mechanismus, wie ich mich von so einer Blacklist beim Fliegen streichen lassen kann, ja, das kann wirklich Existenzen zerstören. Ja, hat es auch. Eins, zwei. Ja, ich fasse mich kurz. Auf jeden Fall danke ich dir, Katha, dafür, dass du heute gekommen bist und uns da informiert hast. Ich finde es auch schön, dass du gerade noch mal diesen Bogen zum Sport geschlagen hast, denn ich habe ein konkretes Beispiel, ich finde deinen Hinweis, dass eben diese Überwachung nicht nur den Sicherheitsgedanken befriedigen soll, sondern auch sich gegen Minderheiten richtig, gegen Randgruppen, gegen gesellschaftliche Randgruppen angewandt wird. Das konnten wir gestern erleben bei Werder-Fans in Hamburg, die zum Spiel anreisen wollten, ich glaube, es waren fünf oder sechs, die wurden von der Polizei zwölf Stunden festgesetzt, mit der Begründung, es waren Ultras, und sie wurden festgesetzt mit der Begründung der konspirativen Anreise. Also die haben sich abgesprochen, ja, es ist aber eigentlich gar nicht witzig, die haben sich also abgesprochen, um zu ihrem Spiel zu fahren und wahrscheinlich sind sie aus verschiedenen Richtungen angereist, um im Vorfeld die Kontrollen zu vermeiden. Das wird dann als Anschuldigung gedreht, also man schafft eine Situation, wo Menschen, die an ihr Vergnügen möchten, an ihr Freizeitgestaltung möchten, behindert werden und wenn sie diese Behinderung umgehen, dann werden sie verdächtig. Und das ist eigentlich was, was mich an dieser Überwachungsgeschichte stört, auch das mit dem Selbstzensieren und so weiter, ja, klar. Das beste Beispiel für dieses, auch, dass es sich teilweise im rechtsfreien Raum abspielt, ist ja die Schufa. Es gibt überhaupt kein Gesetz, das bei einem Vermieter vorschreibt, dass ein Bewerber für eine Wohnung eine Schufa vorlegen muss. Es ist aber gesellschaftliche Selbstverständlichkeit und du kriegst keine Bude, wenn du dich weigerst, die freiwillige Selbstausgift abzugeben. Also nochmal vielen Dank und ich sehe die Gefahr hauptsächlich als Machtinstrument bei der Eindämmung und Unterdrückung von gesellschaftlichen Strömungen und Randgruppen, die halt auch nicht so Mainstream sind. Eine Sache noch, wir geben uns hier echt große Mühe, also auch gerade Rainer und Mirko und sein Team. Es wäre wirklich schön, wenn die Gäste verstehen würden, dass es eben keine wirklich offene Plattform für die kudesten Meinungsurserung ist, sondern dass wir hier einen kleinen Rahmen haben, dass wir eine gewisse Zeitbeschränkung haben und auch technische Beschränkungen. Vielen Dank. Ja, danke Olli, dass du darauf nochmal hingewiesen hast. wie gesagt, wir haben 35 Matineen gehabt, etwas auch in Vorbereitung für die nächste Matinee sagen. Ich nehme an, alle kommen wieder, weil sie sozusagen diese Diskussionsrunde für Wichtigkeiten, egal welches Thema, wir aufrufen, aber ich bitte um Verständnis dafür, dass sie nach einem bestimmten Rahmen ablaufen. Rein formal. Wir wollen niemand ausblenden, ich glaube, aber das hat das heutige Zusammensein auch nochmal bestätigt, alle Fragen sind zugelassen, ja, sie müssen zugelassen sein, damit wir eben die Streitkultur gemeinsam entwickeln, aber wir müssen uns damit das Ganze aus technischen Gründen, aus formalen Gründen einen klaren Ablauf hat, auch an gewisse Geflogenheiten halten und darüber eben verständigen. Ich finde es toll, dass wir ein nicht einfaches Thema in der Öffentlichkeit diskutieren konnten, ich finde es auch gut, wie das hier abgelaufen ist, ich finde es natürlich persönlich unbefriedigend, dass wir uns in der Sackgasse befinden bei diesem Thema oder im Rückzugsgefecht, ich bin da sehr pessimistisch, hoffe aber, dass es genügend gibt, die ihre Stimme erheben, genügend Mutige im Land und Gott sei haben wir noch zwei, drei andere neben dir, die seit langer Zeit auf die Risiken dieses Themas hinweist und insofern hoffe ich, dass wir gemeinsam dann den Mut nicht verlieren. Ob wir die Wende schaffen bei der Verfasstheit unserer politischen Parteien, ich lasse es offen. So, tausend danken nochmal natürlich für Kata. Ja, danke. Applaus und das mit und die Untertitelung des ZDF, 2020